Seit 1999 ist das Wochenblatt Treffpunkt für Alt und Jung. Hier kann man in gemütlicher Umgebung bayerische und gemischte Küche genießen und an den Wirth habe ich noch ein paar Fragen und die werde ich ihm jetzt stellen. Das Wochenblatt hat ja verschiedene Schmankerl zu bieten. Was sind denn eure Spezialitäten? Ja, bei uns geht es los schon in der Früh mit Frühstück. Wir haben ein wechselndes Tagesgericht jeden Tag unter der Woche Mittag und am Wochenende haben wir Special Schweinebraten, Ente, alles was so regional hergibt. Auf was dürfen sich denn eure Gäste außer dem guten Essen noch freuen? Unser Wochenblatt gibt es jetzt seit 1999 und da ist das Ambiente sehr bekannt und auch berühmt dafür, dass man ein kühles Bier in einem schönen Ambiente mal trinken kann oder einen Cocktail oder einfach nur gemeinsam mit Freunden mal ratscht. Von deinem Vielen Dank.